Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Al-Tana. Aktueller multidimensionaler kosmisch-irdischer Energiebericht. Lisa Transcendence Brown, 6. Februar 2018 Übersetzt von Al-Tana für Spiritscape Ein mächtiger Zustrom, der durch euch kommt, überschwemmt unsere planetaren Körper, Erde, unsere mit Megawatt fortgeschrittenem geometrischem Licht. Diese machen alles, aktivieren alles, stimulieren, überreizen diejenigen, die sich nicht um ihre neuen Lichtkörper, physischen Körper kümmern, während die DNA-Rekodierung intensiviert wird, um die Evolution des höheren Bewusstseins zu beschleunigen. Diese zerlegen alte Programmzeitlinien, damit sich alle auf einer höheren Frequenz als bisher vereinigen können. Diese aktivieren den kristallinen Lichtkörper von Gaia uns für mehr Bewegung. Das ging gestern, gestern Abend voll durch und verstärkt sich nun weiter. Diese gehen geradewegs auf das Herz, Hirn, Wirbelsäule, sowie Drüsen, Organe, Fleisch und jedes Körpersystem zu, um jegliche Verzerrungen zu verschlimmern, um sichtbar zu werden, sowie alle neuen Erdenschöpfungen zu stimulieren, schneller, leichter zu verwirklichen, materialisieren. Erhöhter Juckreiz bei denjenigen, die das kristalline Christusbewusstsein im Körper aktivieren. Unter der Haut, den Augen, den Körperteilen, der Kopfhaut, dem Gesicht, überall dort, wo Unreinheiten vorhanden sind, die gereinigt werden müssen. Achtet auf eure tatsächliche physikalische Realität, dimensionale Erfahrung, multidimensional für diejenigen, die diesen Zugang von innen heraus erreicht haben, sowie auf die virtuelle Realität, die ihr sehen, beobachten könnt, um eine Vielzahl kollektiver anderer Dimensionen zu beobachten, die eine emotionale Reaktion, ein Urteil, eine Reaktion in euch hervorruft und um euch zu zeigen, was ihr vorher nicht sehen konntet und programmiert, dass ihr die Fähigkeit habt, zu verschieben, klar zu sein. Achtet darauf, woher ihr kommt, auf eure Motive, Agenten und Handlungen. Achtet darauf, ob euer höhere Selbst dasjenige ist, das gegenwärtig ist oder ob euer menschlicher Aspekt derjenige ist, der eure programmierte Show ausführt. Achtet darauf, beobachtet und lasst das Urteil fallen. Einfach sehen und dann wählen, wo ihr eure Energie einbringt, was eure Energie unterstützt, erschafft, damit ihr sie hier erleben könnt. Seht, was ihr weiterhin bewusst und unbewusst tut, unterstützt. Übrigens, wir haben auch Meteorfrequenzen, die den kosmischen Körper aktivieren. Eine Sternenpartikelparty für alle, sowohl drinnen als auch draußen. Augen, Vision sind auch ein Teil der kristallinen Zirbeldrüsenaktivierungen. Einige können innere Gravitationsverschiebungen erleben, wenn sich Licht durch ihre Lichtkörperstruktur bewegt, um alles für sie neu abzustimmen, neu zu kalibrieren und zu synchronisieren. Diese aktivieren alles, um die Realitäten zu schütteln und zu bewegen und auch die Realitäten schneller neu zu strukturieren. Kraftvolle Schwingungsaktivierungen, in die wir ständig integriert werden. Wenn der Körper nicht in der Lage ist, höherdimensionales, photonisches Licht, Seele, Stern, vollständig zu integrieren, dann kann er nicht ohne weiteres funktionieren. Ihr ehrt euren Prozess und öffnet euch in jeder Hinsicht für Neues. Ich liebe euch. Macht jeden Moment zu einem magischen Moment. Warum? Weil ihr es könnt. Lisa Transcendence Brown www.awakening-to-remembering.com 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 www.awakening-to-remembering.com